Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es heute um folgende Frage. Autonomie oder Abhängigkeit? Was kommt zuerst in der Ethik? Das ist ein Versuch, Alistair McIntyre zu verstehen. Die Antwort kommt wie immer in mehreren Schritten. Und zunächst, wie ist die Ausgangsfrage zu verstehen? Was kommt zuerst? Das könnte ja auch heißen, erst sind wir abhängig. Von der Meinung anderer zum Beispiel. Aber aus dieser Fremdbestimmung befreien wir uns dann zur Selbstbestimmung oder zur Autonomie. Das ist ja typisch für viele Ethiken zum Beispiel Kant. Was kommt zuerst, heißt aber hier etwas anderes, nämlich das oberste Prinzip, first, ist nicht das autonome Individuum, sondern die gegenseitige Abhängigkeit in der Gemeinschaft. Das ist typisch für McIntyre und für die Überlegungen in diesem Beitrag. McIntyre geht es um Tugenden, Zitat, die unsere animalische Daseinsform ebenso in Rechnung stellen, wie die Notwendigkeit, unsere daraus folgende Gebrechlichkeit und Abhängigkeit anzuerkennen. Ich möchte jetzt das übliche ethische Subjekt, wie wir es von Kant kennen, kurz vergleichen mit dem ethischen Subjekt, um das es McIntyre geht. Das übliche Subjekt ist gesund, ist erwachsen, ist autark, während McIntyre sagt, das sind wir manchmal im Leben. Aber oft sind wir eben auch pflegebedürftig. Als kleine Kinder waren wir das und wir werden es auch immer wieder als Kranke sein und dann als Alte auch. Und trotzdem bleiben wir ein ethisches Subjekt. Entsprechend sind die Tugenden der Autonomie typisch für die klassische Auffassung, während McIntyre auch die Tugenden der Abhängigkeit oder des Nehmens betonen will. Er spricht zum Beispiel davon, wie es ist, ehrlich dankbar sein zu können. Auch das ist eine Tugend. Und in diesem Sinne, das Subjekt wird zum ethischen Subjekt nicht dann oder nicht erst, wenn es seine völlige Autonomie gegen seine Abhängigkeit behauptet, wie das bei Kant der Fall ist, sondern gerade, wenn es seine Abhängigkeit anerkennt und integriert. Und wie das gemeint ist, darum geht es jetzt im Folgenden. Das Subjekt bleibt immer abhängig von anderen und andere von ihm. Das ist ja ein reziprokes Verhältnis. Denken wir an die Sorge und die Pflege, denken wir an die Erziehung, denken wir aber auch die lebenslängliche gegenseitige Korrektur, wenn wir uns gegenseitig Feedback geben. Der Schritt 2, die Anerkennung oder Integration der Abhängigkeit. Wie sollen wir sie uns vorstellen? Denn McIntyre als Neo-Aristoteliker, dem geht es um das Gedeihen eines Lebewesens. Und ähnlich wie bei Delphinen, das ist ein Beispiel, braucht es bei Menschen auch die physischen Bedingungen, zum Beispiel die Sozialität. Aber das Gedeihen eines Menschen braucht darüber hinaus die Erziehung durch andere. Zum Beispiel das mühsame Erlernen der Fähigkeit, die eigenen Wünsche mit Distanz wahrzunehmen und sich an übergeordneten Zielen auszurichten, also an Gütern, die um ihrer selbst willen gut sind, das muss der Mensch erst lernen. Auch die Ausbildung von Urteilskompetenz gehört dazu. Und das kann er nur zusammen mit anderen. Dabei hört die gegenseitige Abhängigkeit nie auf. Erst sind wir mehr Lernende als Kinder, später mehr Lehrende als Erwachsene. Doch stets sind wir auf Erfahrungen mit anderen angewiesen. Das Gedeihen eines Menschen gelingt eben wesentlich durch andere. Die Integration dieser Abhängigkeit in unser Selbstverständnis und in unsere Lebenspraktiken macht uns dann zu souveränen ethischen Subjekten. McIntyre schreibt, den Satz, die Anerkennung der Abhängigkeit ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit und nicht, dürfen wir ergänzen, die Überwindung der Abhängigkeit, der Heteronomie, wie bei Kant. Und wie dieser Satz gemeint ist, darum geht es jetzt im Folgenden. Zunächst ist bei McIntyre ein ganz anderes ethisches Ideal zu beobachten als klassischerweise, wie zum Beispiel bei Kant. Obwohl er im Neo-Arustateliker ist, kritisiert er Aristoteles für das Ideal des Megalopsyches, des Großgesinnten, des zu Recht stolzen Mannes. Hier sind aristokratische Ideale des antiken Athen natürlich angesprochen. Denn dieser will selbst immer nur helfen, aber er will sich nicht helfen lassen. Er will nur seine eigene Stärke spüren und zeigen, nicht seine Schwäche und Abhängigkeit. So steht es in der nikomachischen Ethik. McIntyre sagt, wir erkennen hier die Illusion der Selbstgenügsamkeit, die für die Reichen und Mächtigen zu vielen Zeiten und an vielen Orten nur allzu charakteristisch ist. McIntyre stellt dem ein ganz anderes ethisches Ideal entgegen, nämlich einen Menschen, der nicht nur stark, sondern auch schwach sein kann und der in diesem Sinn liebesfähig ist. Das Leid des Anderen als unser eigenes Leid zu verstehen, heißt, diesen Anderen als unseren Nächsten anzuerkennen. Es geht um Liebe zu unserem Nächsten, um Nähe. Natürlich sind dies christliche Ideale von Thomas von Aquin bei McIntyre in seinem Buch. Schritt 4 der Antwort. Wir müssen uns den Satz, die Anerkennung der Abhängigkeit ist der Schlüssel zur Unabhängigkeit, noch etwas genauer anschauen, denn er wirkt im Moment noch etwas widersinnig. Um ihn besser zu verstehen, das Gedeihen eines Menschen gelingt wesentlich durch die Anderen und wenn wir diese Erkenntnis der Abhängigkeit, diese Erfahrung der Abhängigkeit integrieren in unser Selbstverständnis, dann können wir ein Stück Souveränität gewinnen. Wie ist das gemeint? Es geht nicht darum, Heteronomie dieser Fremdbestimmtheit durch immer mehr Bewusstsein zu überwinden und völlig autark und autonom zu werden. Das haben wir schon gehört. Sondern es geht McIntyre darum, im besten Sinne liebesfähig zu werden. Und das ist die Spur, auf der wir diesen Satz oben verstehen werden. Dazu müssen wir erkennen und anerkennen, dass wir immer schon von anderen und von der Gemeinschaft ausgemacht werden. So möchte ich das bezeichnen. Und dass dies etwas Gutes ist, dass wir durch und durch von anderen auch getragen werden und selbst andere tragen. Die Unabhängigkeit ist nicht als Autarkie oder Autonomie gemeint, sondern die Unabhängigkeit, und das ist jetzt die entscheidende Erklärung, muss man verstehen als ein Freiwerden von der Illusion der Selbstgenügsamkeit. Die Unabhängigkeit hat etwas damit zu tun, wie McIntyre sagt, liebesfähig zu werden. Das erste in der Ethik ist nicht das unabhängige Subjekt. Im Bild gesprochen, stellen wir uns ein Netz mit lauter Knoten vor. Das Subjekt sieht sich als Knoten in einem Netz und sieht, wie das ganze Netz in ihm als Knoten steckt. Das Netz ist in jedem Knoten anwesend. Das ist jetzt ein Bild und wir kommen damit schon zur Take-Home-Message. Was würde uns McIntyre hinsichtlich der Ethik raten? Folgt nicht so sehr dem Ideal der Autarkie und Autonomie. Das ist sowieso nie ganz möglich. Man wird nie ganz autonom sein. Das ist eher eine Illusion der Selbstgenügsamkeit der Reichen und Mächtigen. Folgt in der Ethik eher dem Ziel, die gegenseitige Abhängigkeit anzuerkennen. Euer Gedeihen ist von anderen abhängig. Das Gedeihen der anderen ist von euch abhängig. Wenn ihr dies als etwas Gutes sehen könnt, könnt ihr einander leichter als Brüder und Schwestern erkennen. Das ist eine Bedingung, um liebesfähig zu werden. Und dies ist ein wirklich wichtiges Ziel in der Ethik. Was ist die Grundeinheit der Ethik? Was kommt zuerst? Nicht das autonome Subjekt, sondern das souveräne Subjekt, das sich als Knoten in einem Netz erfährt und das weiß. Das Netz ist in jedem Knoten anwesend. Das ist ein souveränes ethisches Subjekt. Ich habe versucht, Alistair McIntyre zu verstehen und zu erklären in der Frage, wie wir Abhängigkeit als das Erste in der Ethik denken können. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.